Lucek, woher kommst du ursprünglich? Popolski, aus Polen, ja? Was denkst du, dass die ganze Gesellschaft denkt, dass dir klaut? Das stimmt, ja? Ich bin Langfinger, ja? Ich kann nicht. LKWs? Da juckt mich so ein bisschen. Was ist LKW-Führerschein? LKW, Taxi, Auto, ja? Alles. Alles bringst du rüber? Ich bin wahrscheinlich auch geklaut, ne? Marek! Der Rote! Keine Zentralverregelung, Kurwa! Wurde dir das in die Wiege gelegt? Keine Wiege, auch geklaut, ne? Ich hatte keine Wiege, da Kurwa. Polnisch, weißt du, wie ich aufgewachsen bin, Kurwa? Meine Mutter hat mich zum Stillen in Schweine gelegt, bei Kuh unten, ne? Hab ich gesaugt, ne? Ja, na klar, natürlich. Aber warum? Echter Land, Junge, bin ich, ne? Echter Land, Junge. Na klar. Wie kommst du nach Deutschland? Ein Gemüsetrecker von Schwager Marek. Ja? Ja, ja. Hinten drinnen, da Kurwa war ein bisschen holprig, aber war gut, ja? Ja. Jetzt schön, Deutschland, so super Land, ja? Kennst du Deutschland schön? Ja, super Land, da Kurwa, natürlich. Warum? Sag mal drei Attribute, was in Deutschland schön ist. Ja, da kann ich jetzt nicht so auf Angriff sagen, aber schöne Land, ja? Schöne Frauen, gute Essen, keine Sicherung im Laden, da Kurwa, so gut, ja? Weißt du Bescheid, ja? Da, ich mach, guck mal, ich mach Import, Export, weißt du, egal was brauchst du, rufst du mich an, ne? Ja. Ja, egal was, Mikrofon, da Kurwa, irgendwas, Equipment, Schuhe, Zigaretten, Handy, Parfüm. Alles. Alles, alles was brauchst du, natürlich. Wenn ich einen Panzer will. Na, Panzer kriegst du, ja? Ja. Brauchst du jetzt? Marek, nicht den roten, Panzer! Klaut jemand in der Familie auch bei dir, oder bist du der Einzige? Ja, guck mal, das ist so, bei uns Sportart, weißt du, das ist nicht so, das wird nicht, ist nicht so, die Leute sagen nicht, da klaust du, sondern da, guck mal, ich fahre mit meiner Tante, 70 Jahre in der Rollstuhlkurve, da klapp ich zurück das Teil, schiebt die unter der LKW-Kurve, die demontiert schnell, Dieselpartikelfilter, da kommt vorne wieder raus, ja? So, einmal runter, eine Kurve, schnell weg, ja? Weißt du Bescheid. Na klar. Natürlich. Aber das könnte zu einer Anzeige führen. Ja, aber du brauchst du nicht immer nur auf Klauen, wir haben auch andere gute Sachen, ja? Was zum Beispiel? Weiß ich jetzt nicht, aber gibt's bestimmt, ja? Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Aber das könnte jetzt zu einer Anzeige führen. Können wir mal kurz abbrechen hier?